Spokes, also keine Felgen mit Speichen gewesen, die sind reihenweise weggeknickt. Da hört einfach der Spaß auf. Ich denke auch, viele unterschätzen das einfach, was dahinter ist. Genauso bei Autofelgen ist es ja auch gerade sehr präsent, dass Alpina-Felgen nachgebaut werden oder als Nachbau angeboten werden, wo dann auch die Speichen brechen und und und. Das hat schon den Grund, warum so ein Satz dann 4.000, 5.000, 6.000 Euro kostet. Ganz klar, hundertprozentig. Im Autoreifenbereich kenne ich mich nicht so aus, aber ich habe das halt im Motorradbereich doch schon das Öftere mitgekriegt. Und die Leute vergessen halt auch immer, dass Dinge Geld kosten. Die wollen günstig, 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 aber gewisse Sachen kann man nicht günstiger machen, als sie sind. Und es sind ja vom Material her, was Geld kostet, über das Gutachten, was du erstellen musst, was Geld kostet, über die Produktion, die Geld kostet. Und dann hast du noch einen Zwischenhändler dazwischen und dann hast du den Customizer dazwischen. Und wenn dann Leute kommen und sagen so, ah ja, Big Spokes, habe ich gesehen, kosten 300 Euro. Ja. Was erwartest du denn dafür? Was für ein Produkt kannst du für dieses Geld erwarten? Gar nichts. Weil die Leute, das ist wie mit Fleisch im Übrigen, genau das Gleiche, ja. Händchenfleisch, wenn ich, oder Schweinefleisch, wenn ich für 4,99 das Kilo Schweinefleisch irgendwas einkaufe, was soll denn da an dem Schwein dran sein? Also, was für ein Leben soll das Schwein gehabt haben? Wer soll daran verdient haben? Das ist das Gleiche hierbei. Da fehlt, glaube ich, ein Stück weit das Bewusstsein in der Bevölkerung für das, was was wert ist. Das liegt aber auch zum größten Teil daran, dass halt das Angebot riesig ist und gewisse andere Märkte, der asiatische Markt oder wie auch immer, sehr stark mit durch das Internet auf unseren Markt drängen und dadurch natürlich auch so eine gewisse Wettbewerbsverzerrung ist. Und die Leute, zum Beispiel Arlen Ness ist so ein gutes Beispiel, das war eine ganze Zeit, sagt ihr was? Ja, natürlich. Die Griffe und das alles, diesen Alucat da drin, die Dinger gab es auf einmal überall an jedem Motorrad. So viel hat der Typ wahrscheinlich nie produziert und ich weiß gar nicht mehr, was Originale kosten, weil ich gar nicht so gerne verbaut habe, aber ich weiß, was die bei euch schon AliExpress gekostet haben, aber du hast es halt gemerkt. Einmal feste Zugegriffene haben die Dinger sich verbogen. Der Punkt ist aber auch, guck mal, die Leute haben kein Problem loszugehen und für eine, weiß nicht, jetzt darf man natürlich wieder keine Marken, obwohl wir sind ja nicht bei Funk. Nö, kannst du machen. Also jetzt, keine Ahnung, gehen los und kaufen sich eine Armani, Hugo Boss, Diesel, was auch immer Uhr für 3, 4, 500, 600 Euro, was im Endeffekt Chinamüll ist, weil du bezahlst ja nur für den Namen auf der Uhr. Da haben sie kein Problem mit. Sie gehen los und kaufen sich irgendwelche Designerjacken für 1.000 Euro, haben sie auch kein Problem mit. Aber wenn es dann darum geht, für eine Felge 1.200, 1.500 Euro zu bezahlen, dann ist es auch einmal teuer. Also das ist für mich dann einfach nur lächerlich. Das ist der Punkt. Jetzt muss ich ganz kurz den Übergang wiederfinden, weil ich könnte über das Thema so stundenlang diskutieren. Nein, aber dafür sind wir ja gar nicht hier. Wir sind ja dafür da, weil du eben so viral gehst gerade mit deinem Account. Und ganz viele Leute mich auch angeschrieben haben und gesagt haben, ey, wann kommt eigentlich der King Cooney mal zu dir? Oh, gut, danke. Und da muss ich sagen, du hast jetzt mittlerweile 16.000, 17.000, ich will da ja nicht falsch liegen. Irgendwann 17.000. 17.000. Ich weiß aber, dass du kein Freund davon bist, weil du natürlich auch, wir hatten ja schon mal gesprochen, du löscht regelmäßig Leute, weil du halt selber merkst, dass auch sehr viele Bots und Schrott da drauf kommen. Ich muss zugeben, ich habe es mittlerweile echt aufgehört, weil du kommst nicht hinterher und Instagram stellt dir selbst schon Steine in den Weg, weil ich gehe dann da rein und gehe auf das Profil, wenn ich dann halt die Zeit habe und gucke mir an, wer folgt dir da jetzt? Was sind das für Leute, die jetzt neu dazugekommen sind? Dann hast du halt Profile, wo du eigentlich direkt von ausgehen kannst, das sind Bots, das sind Fakes, weil wenn der selber irgendwie 5.000 Leuten folgt, aber selber irgendwie nur 50 Follower hat und keine Beiträge, dann kannst du dir schon denken, was für ein Profil ist. Und dann gehst du los und löscht. Oder die dankten Frauen, die immer raus sind. Nee, und auf jeden Fall, du gehst dann los und fängst an zu löschen, 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 löschen und löscht zu, keine Ahnung, 150, 200 Leute und dann kommt eine Meldung von Instagram von wegen, ey, wir müssen diese Funktion jetzt aber sperren, weil irgendwas läuft da gerade falsch auf deinem Profil. Und du sagst, okay, gut, dann mache ich halt eine Stunde weiter. Du kommst eine Stunde rein und hast 500 neue. Das ist wie ein Kampf mit Windmühlen, also du kommst da gar nicht hinterher. Selbst die E-Mail, die ich an Support geschrieben habe, ey Leute, pass mal auf, ihr könnt das so mit Sicherheit irgendwie nachvollziehen, was ein echtes Profil ist, was ein Fake-Profil ist. Bitte löscht mir die weg. Das kann ich gar nicht. Also ich habe ein definitives Fake-Profil gemeldet, da kommt dann so eine Nachricht zurück, von wegen, wir haben gecheckt, das ist kein Fake-Profil. So, wo du weißt ganz genau, ja. Sei froh, dass du eine Antwort bekommen hast. Ja, das ist ja eine automatisierte, also da kannst du drauf wetten. Ich sage mal so, klar ist das eine Riesenplattform und die haben auch irgendwann einfach den Überblick verloren. Ich bin jetzt auch kein Riesen-Meta-Freund, das muss ich dazu sagen. Es ist halt, Instagram, auch wenn wir das jetzt für YouTube machen, ist das, Social Media ist ja eine Sache, die während Corona nochmal Fahrt aufgenommen hat, definitiv, weil die Leute zu Hause gesessen haben. Und das fing auch für mich so an. Hier haben schon viele Leute gesessen, so der Martin von Fatlandicare, den du ja auch kennst. Die Grüße gehen raus. Ja, übrigens auch im Open House, ne. Denkt dran, ist hier mit seinen Produkten, also wenn ihr da was haben wollt, am 19.8., mal kurz gedroppt, hier wieder bei uns, bei Rock the Bike. Und dadurch ist einiges dazugekommen und die Leute haben wieder so ein bisschen Spaß daran gehabt, weil du hattest keinen Urlaub oder keine Möglichkeit, irgendwo hinzufahren. Dann kam ja auch die Harley-Szene dazu, viele Leute haben sich eine Harley gekauft, weil sie gesagt haben, so was will ich mit meinem Geld machen, ich muss ja irgendwo mein Geld ausgeben. Das flaut ja jetzt alles ein bisschen ab. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass trotz der ganzen coolen Sachen natürlich auch sehr viele negative Sachen mitkommen. Und das merkt man halt immer wieder, das vergisst man schon mal ganz gerne, aber sobald man natürlich anfängt, Content täglich zu produzieren, und das wäre jetzt auch meine Frage, kommen natürlich auch immer so ein paar Neider, Hater, die dann einem, ich sag mal, Nachrichten schreiben oder Dinge kommentieren, wo du denkst, ist das nötig, kenne ich dich, haben wir was, hast du das auch? Es geht, es hält sich eigentlich in Grenzen, also jetzt bei den Reels, die dann halt viral gegangen sind, also bei denen mit diesem schwarzen Schaf, kam halt sehr oft halt in den Kommentaren, boah, das ist aber cringe, ich muss jetzt mal googeln, was das überhaupt bedeutet, Jugendwort, keine Ahnung, was das Jahre so und so. Wenn dein Sohn ein bisschen älter wäre, wüsstest du was cringe. Vermutlich, ja, muss ich jetzt mal gucken, aber wie gesagt, das schmunzelt mich drüber, weil im Endeffekt denke ich mir, oh ey, hör mal, ist es mir egal, ich kenne dich nicht, kannst kommentieren, was du willst, ne? Und, ja, aber wie gesagt, ich kann wirklich sagen, überwiegend mache ich nur positive Erfahrungen mit Social Media. Und nutzt du Social Media zum Beispiel für deinen Vorteil? Also das heißt, wie, also ich würde mal sagen, ab 2000 hast du Kollaboranfragen, vielleicht ab 1000 schon Kollaboranfragen. Ich muss tatsächlich gestehen, die Kollaboranfragen, die kamen, das war echt nur so ein mülder Schmuck oder irgendein Kack da, weißt du, was soll ich damit? Also, einfach so, nein, danke und tschüss. Als ich in Dresden war, ich war abends kurz drin, eigentlich wollte ich kein Instagram machen, weil der Lukas war ja dabei, der macht das, da war wieder so eine, das war auch so geil. Wir haben uns dein Profil angeguckt und festgestellt, dass du auf Lack und Leder stehst und du genau der richtige Partner für unsere Produkte im Bereich Lack und Leder wärst. Und ich mir dachte so, Alter, geil, hast du mein Profil angeguckt? Also, ich weiß ja, dass es da automatisiert ist, ein Bot ist, aber es ist schon geil, wo du dir wirklich denkst, also ich hab Lack und Leder, egal, also nehmen wir mal Lack weg, selbst Leder. Ich hab, ich glaub, in keinem einzigen Bild, Video, sonst was, irgendwas mit Leder zu tun. Ich glaub, das, hatte ich, Lukas, hatte ich irgendwann mal meine Westen, meine alte Kutte an? Nee, ne, ich glaube nicht, ne? Also von daher, so gar nichts. Aber, sei es drum, ich find's immer wieder witzig, die landen ja dann in diesem, willst du annehmen oder nicht annehmen Ordner und dann löschst du die halt regelmäßig, ne, so und dann ist gut. So viel Datinganfragen, wie ich darüber auch bekomme, aus Amerika, Südamerika und sonstiges. Am besten finde ich immer noch diese, möchtest du eine Comic-Version von deinem Motorrad haben. Das ist auch gut, das ist gut. Ich hab das am Anfang, hab ich das ernst genommen, weil ich kann, ich bin kein Social Media-Expert, die Leute wissen das auch mittlerweile. Ich hab am Anfang auch da auf das Profil geklickt und hab tatsächlich mal geantwortet, weil ich fand die Idee nicht schlecht, so, ne? Und hab dann gesagt, hör mal, könntet ihr mir vielleicht ein Bild machen? Und ich hatte mir das so und so vorgestellt. Ich wollte immer, ich vergleiche mich gerne schon mal mit so ein bisschen so einem Tarte-Bär, so, ich weiß nicht, ob du weißt, so, so, ne? Und ich wollte so ein Bild von mir als Bär auf so einem Motorrad haben. Konnte ich umsetzen. Dann hat die irgendwas erzählt und so. Also, von daher, mittlerweile kommt das ja regelmäßig auch sehr geil, sind so, so, ich weiß nicht, ob ihr das auch bekommt, aber so Schilder. Ja. Schilder machen für dein Unternehmen und so weiter. Ja, halte ich nicht viel von. Also, von dem Ganzen, dieser Art von Werbung, ich muss auch sagen, ich hab zwei, drei Negativerfahrungen gemacht. Ich hab tatsächlich mal eine Handyhülle über Instagram gekauft, die ist nie angekommen, auch heute noch nicht. Also, und diese Anfragen vergleiche ich immer so mit den Leuten, so mit diesen Klinkenbuttern, die dann irgendwie von Telekom oder die zwei oder da hier Internetvertrag an der Tür, ne? Wo ich mir denke, ey Leute, bei aller Liebe, wenn ich einen neuen Handyvertrag haben möchte oder einen neuen Internetanbieter, dann fahr ich in die Stadt, geh in den Shop und mach's da, ne? Ja, und genauso verhält es sich mit diesen Anfragen, wenn ich wirklich irgendwie was möchte, im heutigen Zeitalter von Online-Shopping, ein Wort bei Google rein, kommen 5.000 Shops, dann kann ich mir aussuchen, machen, tun und dann stelle ich die Anfragen. Und wenn du ganz faul bist, gehst du zu Amazon, sagst du mal. Ja. Okay, also du benutzt keine Kollaps oder sowas, was ja auch eigentlich könntest du ja mittlerweile bei der Reichweite, bei den Größen, ne? Also, ich sag mal so. Ich sag mal so, wenn eine vernünftige Anfrage kommen würde von einem anständigen Unternehmen, dann könnte man sich das überlegen, hier irgendwie 10% auf Motorradkleidung oder sowas. Jetzt kannst du raushauen, welche Firmen die. Ja, da müsste ich jetzt auch überlegen. Also gut. Aber, wie gesagt, so China-Schrott. Okay, was willst du da nicht? Was steht denn bei dir so auf der Agenda motorradtechnisch? Wir hatten ja kurz daraus mal gesprochen. Willst du dein Motorrad verändern? Kommt vielleicht ein neues Motorrad? Weil ich sehe ja immer, du liebäugelst ja trotzdem, also was heißt liebäugeln, aber du fährst ja schon mal gerne von den Kollegen so eine Streetglide oder Roadglide. Du hast es vorhin angesprochen, halt mit meinem Sohnemann, der das Hobby halt jetzt auch teilt. Und Patsa ist, ne V-Wort ist halt kein Zwei-Mann-Geschoss. Das ging eine Zeit lang sehr gut, wo er den Rucksack gespielt hat. Das ist auch übrigens sein Spitzname, den er absolut gar nicht mag. Den hat er von meinen Freunden bekommen. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, es wird schwierig auf dem Gerät. Und aus diesem Grund, klar, natürlich liebäugel ich mit einer Glide. Allerdings diesen Schritt zu gehen, die Massel abzugeben und für das Geld eine Streetglide zu kaufen, nein. Tag heute nein und ich kann es einfach nicht übers Herz bringen. Und selbst meine Frau, die mich eigentlich am besten kennt, hat zu mir gesagt, du machst es. Ich gebe dir eine Woche, du wirst der Karte hinterher heulen. Davon bin ich sogar überzeugt. Also ohne dich zu kennen, das ist ja schon eine besondere Beziehung. Und eine Roadglide und eine Streetglide würden diese Emotionen niemals teilen. Also das ist ein geiles Motorrad. Also gerade die Roadglide, die ich früher absolut nicht gemocht habe. Jetzt, nachdem ich die ST fahre und ich mich daran gewöhnt habe, dass der Lenker in der Faring läuft. Genau, weil ich fand das total suspekt. Als ich das erste Mal einen Roadblock gefahren bin, habe ich auch der Carina erzählt. Ich kann ja nichts nach vorne sehen. Das ist so, hat mein Gehirn nicht geschaltet. Mittlerweile in der ST, Low-Ride ST, draufgesetzt. Und mittlerweile fahre ich das Ding so als easy. Selbst blind in den Ständer, in der Garage ist der Ständer, fahre ich die so rein. Aber es ist halt ein geiles Tourenmotorrad. Aber es ist keine emotionale Kiste. Ich weiß ja, wie du auch so ein bisschen Hasse erzählt, tickst. Würdest du denn deine Fireblade zum Beispiel verkaufen? Da hänge ich nicht die Emotionen dran. Also der Punkt ist halt, ich bin ein Mensch, mir werden Dinge sehr schnell langweilig. Das heißt, wenn es Dinge gibt, die lange bei mir bleiben, wie zum Beispiel meine Frau. Also die muss ich ja liegen, weil sie sind ja schon vor 13 Jahren. Die wird es hassen, wenn sie es da sieht. Nee, aber wie gesagt, mit jedem anderen Motorrad war es halt so, es war schön, es ist toll und blablabla. Bei so einer Zeit, ja, könnte mal was Neues kommen. Und hier ist es halt wirklich jetzt im Oktober, werden es vier Jahre sein, dass das Motorrad bei mir ist. Und ich habe jetzt aktuell etwas über 20.000 Kilometer mit ihr gemacht. Ich gehe immer wieder in die Garage, ich setze mich immer wieder drauf. Ich drehe am Hahn und das macht mir immer noch Spaß. Und das ist immer noch nicht langweilig. Und das ist etwas, wovor ich halt Angst habe, wenn ich sie abgeben würde. Und auf etwas anderes umsteige, dann, okay, gut, gefällt mir nicht, verkaufe ich, kaufe ich mir wieder eine Wirt. Aber das ist dann halt nicht mehr die. Und da sind halt Teile dran, die kriegst du nicht mehr. Wie die Fußrastenanlage von Wunderkind, die gibt es halt einfach nicht mehr. Und da wird es halt schwierig. Und ich weiß auch ganz genau, das hat der Martin mir nämlich gesagt, sollte ich jemals mit dem Gedanken spielen, meine zu verkaufen, bitte Fußrastenanlage abbauen und an ihn schicken. Also, apropos Martin, es ist das Gleiche. Ich kann mir so einige Leute nicht mit einem anderen Motorrad vorstellen. Martin weiß ich ja auch, liebäugelt ja selber mit einer anderen Maschine. Geht nicht. Das ist das Gleiche bei dir. Das ist bei so drei, vier anderen Leuten, wo ich sage, das sehe ich einfach nicht. Weil es gibt natürlich auch viele Menschen, die wechseln Motorräder quasi jedes Jahr oder alle zwei Jahre, so wie man das auch manchmal mit Autos macht. Und das ist auch okay. Aber wenn ich Insta gucke und Koni auf einer Fireblade sehe, dann ist das schon strange. Und wenn du auf einer Streetcar fährst, finde ich es strange. Ich finde es tatsächlich auf der Muscle am sinnvollsten, so passt einfach zu dir. Vielleicht als Zweitmotorrad, aber Tausch nein. Nein. Das ist halt so der Punkt bei der V-Rod allgemein. Es ist keine echte Harley im Sinne von diesem Harley fahren. Man kann damit cruisen, aber dafür ist das Ding einfach nicht gemacht. Die fühlt sich halt wohl weit über 6.000. Also nicht dieses typische halt 5. Gang, 50 durch die Straße, durch die Stadt, lässig. Und das ist es einfach nicht. Wie fährt die jetzt insgesamt runter? Insgesamt ist sie jetzt bei 26.000. Du weißt, dass die Köpfe bald runter müssen, ne? Ja. Okay. Nur so zum Sagen. Dann ist vielleicht doch nochmal die Überlegung, weil das ist nicht ganz so günstig. Ja gut, aber dann würde ich schon überlegen, wenn es wirklich so weit sein soll, dass die Köpfe runter müssen, dann würde ich überlegen, die zu Roadscore-Cycles zu bringen. Zu was? Zu Thomas Koch. Okay. Ist halt so der Name in der V-Rod-Szene. Okay. Und der bietet dieses Hubraum-Erweiterungskid an von der V-Rod-Dominator. Die ist ja ohne Straßenzulassung, diese reine Dragster-Bike. Der bietet da die Kolben, Nockenwellen und so weiter an. Wie viel denn ich bringen darf? Ich meine, das Set kostet 1.800 Euro ohne Arbeit. Okay. Gut. Hast du denn irgendwas an Touren geplant? Also ich hoffe ja am 19.8., dass du bei mir bist. Bin ich hier. Sehr gut. Aber hast du noch irgendwas an Touren geplant? Hattingen? Hattingen bin ich auf jeden Fall dabei. Fuck, nein. Das fällt dieses Jahr ebenfalls aus. Schade. Schade. Es sind viele, die irgendwie kurzzeitig absagen, ich hoffe, dass das ein gutes Omen für gutes Wetter ist, weil damit ihr euch alle schön ärgert, dass das Wetter nämlich nicht so beschissen ist wie letztes Jahr. Naja, also wie gesagt, das passt einfach termintechnisch dieses Jahr nicht. Letztes Jahr hat es nicht gepasst. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht gefahren bin. Auf jeden Fall, dieses Jahr passt es terminzeitlich nicht. Und ja, ansonsten mal gucken. Also ich plane halt mit einem Kollegen eventuell eine Tour nach Holland noch dieses Jahr. Okay. Und vielleicht wird es sich verzeigen. Kommen wir zur letzten Frage, weil das natürlich auch so ein bisschen mit in die Community spielt. Fährst du mit einer bekannten Community, beziehungsweise hast du Leute oder bist du wirklich so ein Lonely Wolf, Single Driver, ich mach mein Ding? Eigentlich bin ich mehr so der Mensch, ich mach mein Ding. Also ich fahre mit keinen Communities, außer jetzt vielleicht meiner persönlichen, auch mit meinem engsten Freundeskreis. Da sind wir dann auch oft mit acht oder zehn Bikes unterwegs. Auch mal bunt gemischt, auch mal nur Harleys. Aber an sich bin ich wirklich so dieser Mensch, der halt alleine mit seinen Gedanken irgendwo hinfährt, abschaltet und sein Ding macht. Cool. Koni, ich habe mich sehr gefreut, dass du gekommen bist. Das war ja schon lange, lange, lange geplant. Leute, wenn ihr Bock habt, auch mal hier zu sitzen, wenn ihr was zu erzählen habt, dann wisst ihr ja, schreibt uns an. Oder wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr unbedingt mal was wissen wollt, da stehen noch ein paar auf der Agenda, muss ich fairerweise zugeben, nur dadurch, dass wir das Open House vor der Tür haben und Crash of Customizers noch machen und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen was arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, können wir nicht alle Interviews so immer wahrnehmen. Das hat heute echt ganz gut gepasst. Vor allem mit dem Wetter. Vor allem mit dem Wetter. Ist ja mit dem Moped hier. Da seht ihr auch gleich noch ein paar Sachen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr den Kanal abonniert, den Daumen umlasst und die Klingel, die Glocke bimmelt. Das ist immer das Letzte, also warum sie das eingeführt haben. Zwei hätten doch gereicht, weißt du? An sich schon, ja. Abonnieren und Daumen um. Aber damit ihr nichts mehr verfasst, gerne die Glocke aktivieren. Und danke, dass du da warst. Ich danke. Bis zum nächsten Mal. Rock da bike. 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 Rock da bike.